Rudolf Steiner die zweite Frau Marie Steiner Marie Steiner auch Marie Steiner von Sievers, geborene Marie von Sievers oder Sievers, Siebers, Sternchen 14. März 1867 in Vloklavk, Polen, 27. Dezember 1948 in Beatenberg, Schweiz, war eine russe-deutsche Schauspielerin, Theosophin, Anthroposophin und die zweite Ehefrau von Rudolf Steiner, dem Begründer der Anthroposophie. Kindheit und Jugend Marie Steiner wurde am 14. März 1867 in Vloklavk, damals zu Russland gehörend, heute ein Teil Polens, als eines von acht Kindern geboren. Der Vater Jakob von Sievers, aus einem liefländischen Geschlecht stammend, war Militär in russischen Diensten im Rang eines Generalleutnants und Stadtkommandant des Ortes. Die Mutter Karoline Baum stammte aus einer rheinischen Familie, die sich im nordrussischen Aschangelsk angesiedelt hatte. Um 1874 bis 1875 zog die Familie aufgrund einer Dienstversetzung des Vaters nach Riga, und um 1877, nach der Pensionierung des Vaters, folgte ein weiterer Umzug nach St. Petersburg. Dort besuchte Marie eine deutsche Privatschule, nach deren Abschluss folgte sie einem ihrer Brüder auf ein heruntergewirtschaftetes Bauerngut bei Novgorod, wo sie als Lehrerin tätig war. 1894 bis 1895 starb der Bruder, und Marie musste zurück nach St. Petersburg. Hinwendung zur Kunst mit finanzieller Unterstützung ihrer Familie studierte sie von 1895 bis 1897 in Paris am Conservatoire de Paris-Rezitation- und Schauspielkunst. Letzteres Studium vertiefte sie nach ihrer Rückkehr nach St. Petersburg noch weiter. 1899 erhielt sie ein Angebot, am Berliner Schiller Theater zu spielen, woraufhin sie nach Deutschland übersiedelte. Die Enge des Bühnenbetriebs sagte ihr jedoch nicht zu, worauf sie noch im selben Jahr das Theater wieder verließ. Nachdem sie die Werke von Eduard Schure kennen und schätzen gelernt hatte, nahm sie im Oktober 1900 mit diesem Kontakt auf, worauf sich ein reger Briefwechsel entwickelte und sie mehrere Werke Schures aus dem Französischen ins Deutsche übersetze. In der Theosophischen Gesellschaft durch einen Hinweis Schures aufmerksam geworden, trat sie im November 1900 der Deutschen Theosophischen Gesellschaft in Berlin bei. Dort lernte sie noch im selben Monat in der Bibliothek von Kilorenz Graf von Brockdorf und dessen Frau Sophie Gräfin von Brockdorf sowie Rudolf Steiner kennen, welcher in diesen Räumen seit Ende September 1900 Vorträge hielt. Diese Begegnung prägte von nun an ihr Leben bis zu ihrem Tod im Jahr 1948. Nachdem Graf Brockdorf aus Altersgründen von seiner Funktion als Leiter der Berliner DTG Loge zurückgetreten war, wurde Steiner am 17. Januar 1902 sowohl Mitglied der DTG als auch neuer Leiter der Berliner Loge mit Marie als seiner Sekretärin und rechten Hand. Bei der am 19. Oktober 1902 folgenden Gründung der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft, DTG, übernahm Steiner den Posten des Generalsekretärs, weiterhin mit Marie als seiner Sekretärin. Von Anfang an arbeitete sie vers auf das engste mit Steiner zusammen, Dabei war sie es, die zum größten Teil die administrativen und organisatorischen Arbeiten bei DTG bewältigte und damit maßgeblich für deren Aufbau verantwortlich zeichnete. Daneben organisierte sie die immer umfangreicher werdende Vortragstätigkeit Steiners, führte sein dadurch notwendig werdende Korrespondenz, begleitete ihn auf vielen seiner Reisen und fungierte im Ausland auch als seine Dolmetscherin. Um die zahlreichen Schriften Steiners einfacher publizieren zu können, gründete sie 1908 in Berlin den philosophisch-theosophischen Verlag. Ein wesentlicher Grundhilfe war, dass Steiners Werke zunehmend esoterischer wurden und sich deshalb immer weniger verleger, wegen befürchteter geringer Absatzzahlen, zu einer Veröffentlichung bereit erklärten. 1913 wurde die Einrichtung in philosophisch-anthroposophischer Verlag umbenannt und 1923 ins schweizerische Dornach verlegt. In der anthroposophischen Gesellschaft um die Jahreswende 1912 bis 1913 kam es zur Trennung von der theosophischen Gesellschaft, Steiner gründete am 3. Februar 1913 die Anthroposophische Gesellschaft und Marie übernahm neben Karl Unger und Michael Bauer den Vorsitz der neuen Antroposophischen Gesellschaft. 1916 gab sie diesen Posten, einem Rat Steiners folgend, jedoch wieder auf. Ende 1923 wurde sie, neben Steiner und anderen, Vorstandsmitglied bei der neu gegründeten Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Während sich langsam die neue Bewegungskunst der Eurythmie herauszubilden begann, wurde parallel zu einem theosophischen Kongress vom 18. bis 21. Mai 1907 in München das durch Sievers übersetzte und von Steiner inszenierte Schwure Stück das heilige Drama von Eloises aufgeführt. Weitere derartige Ereignisse folgten in den Jahren darauf. In den von Steiner verfassten Mysteriendramen, welche in den Jahren 1910 bis 1913, ebenfalls in München, zur Aufführung kamen, spielte Sievers Hauptrollen. Am 24. Dezember 1914 besiegelte die standesamtliche Heirat zwischen ihr und Steiner die bereits jahrelange Verbindung der beiden. Sievers nahm den Nachnamen ihres Mannes an, wird aber bis heute auch Marie Steiner von Sievers genannt. Die Ehe blieb kinderlos. Bereits seit 1907 war Marie an der Entwicklung der später sogenannten Eurythmie beteiligt. Derem Name, das altgriechische Wort für Gleichmaß, geht auf ihren Vorschlag zurück. Ab Ende 1914 entwickelte Marie Steiner eine spezielle Kunst der Rezitation für die Eurythmie. 1919, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, bereiste sie mehrere europäische Länder, gab Eurythmie-Vorstellungen und gründete Eurythmie-Schulen. Daneben widmete sie sich in der Abhaltung von Sprachkursen und der Dramaturgie. Die Rudolf-Steiner-Nachlass-Verwaltung nach Rudolf Steiners Gut, am 30. März 1925, verwaltete sie, als testamentarische Erbin, seinen gesamten literarischen und künstlerischen Nachlass. Es war vor allem ihr Verdienst, dass Rudolf Steiners Werk als Einheit und unverändert herausgegeben werden konnte. Diese Aufgabe war nicht leicht, angesichts von rund 5.900 Vorträgen, die zu einem großen Teil nur als stenografische Notizen erhalten waren, sowie einer längeren Reihe von Aufsätzen und Briefen und 28 Büchern Steiners. Die Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe, die allerdings bis heute, 2006, noch nicht zur Gänze herausgegeben ist, umfasst denn auch über 300 Bände, darunter voluminöse Exemplare, oft noch in Teilbände untergliedert. Marie Steiner selbst bearbeitete dabei über 500 Publikationen und fasste zu ihnen Einführungen und Erläuterungen ab. Um das von ihr begonnene Werk vorzusetzen, gründete Marie Steiner 1943 die Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung, Verein zur Verwaltung des literarischen und künstlerischen Nachlasses von Dr. Rudolf Steiner. Am 1. Dezember 1947 übertrug sie ihr offiziell sämtliche Rechte an den Werkon Steiners. Diese Absicht hatte schon seit 1945 zu Streitigkeiten mit der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft, AAG, geführt, welche ihrerseits Rechte am Werk Steiners geltend machte. Die Differenzen mündeten 1949 in eine Spaltung der AAG, es gab nun auch eine anthroposophische Vereinigung in der Schweiz, die bis heute besteht. Marie Steiner starb im 81. Lebensjahr, am 27. Dezember 1948, in Beatenberg. Bedeutung für Steiners Werk und Leben Marie von Siverstrat wenige Jahre nach dem Ende von Rudolf Steiners Zeit als Mitarbeiter der Weimarer Ausgabe von Goethes Werken in Lessenleben und war damit ähnlich pünktlich wie Christiane Vulpius, die 1788, nach Goethes Rückkehr aus Italien, zu ihm kam, um Hilfe für ihren Schriftstellern Bruder August zu erbitten. Ihr Auftauchen fällt nahezu zusammen mit der Begründung der Anthroposophie durch Steiner und markiert grob den Beginn von Lessen esoterischer Zeit bei der theosophischen und später bei der anthroposophischen Gesellschaft. Durch ihre Sprachkenntnisse und ihren unermüdlichen künstlerischen und menschlichen Beistand war sie vers von Anfang an ein grundlegender Bestandteil des esoterischen Berufslebens von Rudolf Steiner, nicht nur Hilfe, sondern auch von Verständnis noch für die komplexesten philosophisch-anthroposophischen Einlassungen des Ehemannes getragen, die sie innerlich mit vertreten hat. In ihren Erinnerungen zeichnet sie recht wirklichkeitsnah das Bild ihres Mannes als eines oft Angefeindeten und Unverstandenen, der in ehrlicher Weise Geistesarbeit leistet und aus der Masse der ihn umgebenden Literaten deutlich herausragt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017